Wir reden heute also über die Pflichten und Aufgaben des Mannes und der Frau. Heute thematisieren wir hauptsächlich den Mann und morgen die Frau. Ich möchte gleich am Anfang klarstellen, dass ich hier vom Idealfall rede. Also, was meint ihr? Was schätzt die Frau am meisten an einem Mann? Welche Qualitäten? Verantwortung Wer hat das gesagt? Sehr gut! Ganz genau. Sind die Frauen einverstanden? Das Wichtigste ist die Verantwortung. Also, dass der Mann die Verantwortung für die Familie, für die Frau und für die Kinder übernimmt. Über so einen Mann denken die Frauen. Mit so einem kann man was anfangen. Wenn der Mann aber verantwortungslos ist, dann braucht ihn niemand. Mit so einem kann man keine Familie gründen. Der Mann muss sich aber im Klaren darüber sein, wozu er eine Familie gründen will. Viele verstehen das heutzutage nicht. Wozu haben sie eine Frau? Soll das etwa sowas wie eine gesetzlich anerkannte Prostituierte sein, die einfach nur seine Triebe und Wünsche befriedigt? Leider denken die jungen Leute heute nicht darüber nach. Auch die Frauen denken nicht darüber nach, wozu sie heiraten, genau wie die meisten jungen Männer. Unsere Vorfahren waren in Sippen und Stämmen organisiert. Wir müssen realisieren, dass wir ohne eine solche Organisation einfach nicht mehr weiterleben können. Sie sehen doch, dass die Familie als Institution vernichtet wird. Es gibt mehr obdachlose Kinder als nach einem Krieg. Wozu wird das alles führen? Wir werden aussterben wie Mammuts. Deshalb müssen wir uns an die Werte erinnern, die uns unsere Vorfahren vererbt haben. Der Begriff heilig ist dabei wichtig. Fragen Sie doch mal die Jugendlichen von heute, was für sie heilig ist. Sie werden nichts Vernünftiges antworten können. Doch heilig ist etwas, ohne das wir nicht leben können. Wir müssen also für uns persönlich klären, was genau für uns heilig ist. Was wir also zum Leben brauchen. Und das müssen wir wieder aufbauen. Denn was passiert, wenn wir den falschen Werten folgen, die uns aufgezwungen werden? Also Verfall und Pervertierung der Familie, Alkoholismus, Drogen. Das alles wird aufgezwungen und propagiert. Schauen Sie sich doch nur beispielsweise die Filme an. Dort wird geraucht und getrunken. Das wird gezielt gemacht. Unsere wahren Werte sind aber völlig andere. Wir müssen uns das, was uns heilig ist, bewusst machen und das weitergeben, propagieren. Wir tragen also die Verantwortung für die Gründung einer starken Familie. Das ist uns heilig. Wenn wir nicht realisieren, wie wichtig das für uns ist, kann es keine Zukunft für uns geben. Was ist der beste Rentenfonds? Wo muss man sein Geld, seine Kraft, seine Energie und Fähigkeiten anlegen? Investieren Sie in Ihre Kinder, Enkel und Urenkel. Dann ist Ihr Alter zu 100% abgesichert. Sollten wir uns auf die Rente verlassen? Die ist ja geradezu lächerlich. Das ist doch einfach töricht. Unsere Vorfahren empfahlen, in die eigenen Kinder zu investieren. Dann wird es auch eine adäquate Gesellschaft geben. Dann sind die Alten im Alter abgesichert und die Jungen werden richtig erzogen. Wenn die Menschen in Sippen und Stämmen organisiert sind, wer erzieht da die Kinder? Was meint Ihr denn? Kann denn ein normaler Mensch die Erziehung seiner Kinder einem Fremden überlassen? Denken Sie darüber nach. Kann es denn gut enden, wenn das Kind von einem Fremden erzogen wird, dessen Motivationen und Ziele einem nicht klar sind? Wie kann man einfach sein Kind in den Kindergarten oder in die Schule schicken und nicht wissen, was es dort lernt? In unserer Tradition waren es die Vorfahren, die mit der Erziehung betraut waren. Die Großmütter und Großväter, die Urgroßmütter und Urgroßväter. Sie werden ganz sicher den Enkeln keinen Mist anerziehen. So ist unsere Tradition. Dann gibt es auch gewisse moralisch-ethische Grundsätze. Diese Grundsätze geben die Großeltern und Urgroßeltern an ihre Nachfahren weiter. Das ist die Pflicht der Alten. Wenn es aber Fremde sind, haben sie daran kein richtiges Interesse. Bei uns gibt es ein Sprichwort. Das erste Kind ist der erste Enkel. Wenn also der Mann als Ziel den Aufbau einer solchen starken Familie hat, basierend auf den Prinzipien der Sippe und des Stammes, dann ist er ein richtiger Familienmensch. Das bedeutet Verantwortung. Der Mann übernimmt also damit die Verantwortung für die eigene Familie. Wenn die Kinder groß werden, dann muss man für ihre Heirat sorgen. Dann vereint man sich zu einer Sippe. Wenn die Sippen sich vereinen, dann entsteht ein Stamm. Wenn die Menschen in einem Stamm leben, dann können Fremde nicht mehr so einfach in diesen Lebensraum eindringen und ihnen falsche Werte aufzwingen. So lebt man zum Beispiel im Kaukasus. Ich weiß, dass in Russland die Juvenale Justiz auch schon da ist. Den Eltern werden die Kinder weggenommen. Man sagt dann, ihr gebt den Kindern nicht die Möglichkeit, Drogen kennenzulernen, in die Disco zu gehen, also entziehen wir euch das Sorgerecht. Sie verletzen die Rechte der Kinder. Ihr habt sicher davon gehört. Wie kann man aber einen Fremden darüber entscheiden lassen, was das eigene Kind darf und was nicht? Das geschieht, weil es keine Stämme und Sippen mehr gibt. Wir sollten es wie im Kaukasus machen. Das alles ist bei uns im heutigen Russland vernichtet. Deshalb ist es vollkommen fremden Menschen möglich, uns aufzuzwingen, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Wie kann das sein? Nach der Verfassung habe ich das volle Recht, so zu leben wie meine Vorfahren. Wir haben dieses Recht. Niemand kann es uns verbieten. Es gibt Völker in Russland, die so leben. Wir können das auch. Was ist das Wichtigste? Verantwortung ist die Basis. Wenn wir eine gute, stabile Familie haben, dann wird auch die Sippe, der Stamm und das Volk stabil und stark sein. Also wird auch der Staat stark und stabil. Der Aufbau eines Staates beginnt bei der Familie. Es ist der Grundstein einer jeden Gesellschaft. Wenn die Familien zerstört sind, dann wird es auch keinen Staat geben. Wir werden dann vernichtet. Wenn also ein Feind ein Territorium erobern will, dann reicht es, die Familie zu zerstören. Deshalb müssen die Beamten eines Staates die Familie verteidigen. Wenn sie das nicht tun, dann sollten wir sie daran erinnern. Reden wir also darüber, wie man einen Ehepartner aussuchen sollte. Die jungen Leute heutzutage machen das selbstständig. Können sie das mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung? Kann man ihnen diese sehr wichtige Sache zutrauen? Erinnern sie sich an ihr Leben, an ihre Freunde und Bekannte. Wie viele Scheidungen gibt es heute? Wie ist der Prozentsatz? Heute liebe ich ihn, morgen nicht mehr und die Familie wird zerstört. Die Kinder wachsen ohne Eltern auf. Unsere Vorfahren wussten, dass man die Wahl des Ehegatten nur den Eltern anvertrauen konnte. In unserer Tradition haben immer die Eltern den Ehepartner ausgesucht. Wenn der Mann also ein adäquater Mensch, ein adäquater Mann ist und seine Kinder glücklich machen will, dann wird er auch ein adäquates Familienleben führen. Die Jugendlichen aber haben noch keine Ahnung. Sie verstehen nicht, was notwendig ist und was unnötig ist. In unserer Tradition wachsen die Kinder mit dem Wissen und Vertrauen in ihre Eltern auf und wissen, dass ihre Eltern ihnen nie einen schlechten Partner empfehlen würden. Die Verantwortung liegt also bei den Eltern. Der Vater schaut sich um, wenn sein Sohn älter wird. Er sucht einen guten Familienvater mit guten Genen, der eine wohlerzogene Tochter hat. Wenn er so einen gefunden hat, redet er mit ihm und schlägt eine Ehe vor. Der andere fragt, Hast du deinen Sohn denn auch dementsprechend erzogen? Was ist denn das Wertvollste, was eine Frau vom Mann bekommen kann? Weibliche Evolution Das Wertvollste, was eine Frau von einem Mann bekommen kann, ist die weibliche Evolution. Also das Aktivieren des genetischen Gedächtnisses der Frau. Wenn der Mann diese Wissenschaft nicht beherrscht, wozu braucht die Frau ihn dann überhaupt? Denn das ist das Wertvollste. In früheren Zeiten wussten die Frauen darüber Bescheid. Sie wussten, was sie zu verlieren hatten. Einer Vergewaltigung zogen sie den Tod vor. So wertvoll ist das. Die geistige Evolution der Frau war für sie wertvoller als das Leben. Die weibliche geistige Evolution bedeutet, dass die Frau die Möglichkeit und die Fähigkeit bekommt, auf die gesamte Erfahrung ihrer Mutter, Großmutter, Urgroßmutter usw. zuzugreifen. Die gesamte Information in der weiblichen Linie wird aktiviert. Also unter anderem das Wissen, wie man ein adäquates Familienleben führt, wie man adäquate Kinder auf die Welt bringt usw. Der Vater der zukünftigen Frau fragt also, ob der zukünftige Mann das genetische Gedächtnis seiner Tochter aktivieren könne. Der andere antwortete, dass sein Sohn dazu in der Lage sei, weil er es ihm beigebracht hatte. Im Gegenzug fragte dieser, ob die zukünftige Ehegattin seines Sohnes rein war. Ihr wisst ja sicher, was die Regulie ist. Denn dafür war der Vater eines Mädchens verantwortlich. Kamen die beiden zu einer Vereinbarung, dann wurde eine Art Brautschau organisiert. Denn nur der Umstand, dass die beiden Väter zu einer Übereinkunft gekommen waren, war ja nicht genug. Die zukünftigen Ehepartner hätten ja was dagegen haben können und vor allem hätten sie vielleicht auf feinstofflicher Ebene nicht zusammengepasst. Also wurden die beiden zusammengeführt und sollten sich kennenlernen und prüfen, ob sie wirklich zusammenpassten. Doch ihnen war es streng verboten, sexuellen Kontakt herzustellen. Sie sollten eine Nacht zusammen verbringen. Sie schliefen in einem Bett, waren nackt, konnten sich umarmen und küssen, aber keinen sexuellen Akt vollziehen. Die Frau schaute, auf welchen energetischen Zentren, auf welchen Chakren sie eine Verbindung mit dem Mann eingehen konnte. Wenn es nicht alle Zentren waren, dann war er auch nicht in der Lage, ihr gesamtes Erbgut, ihr gesamtes genetisches Gedächtnis zu aktivieren. Beide waren also in der Lage, die Energie durch die energetischen Zentren zu leiten. Das wurde einem als Kind bei den Tänzen, zum Beispiel bei denen man sich in einem Reigen aufstellte, beigebracht. Der Mann schaute dementsprechend, ob sie gute Kinder gebieren konnte. War sie eine Nivesta, also eine Frau, die noch nicht ausgebildet worden war, so konnte er nichts mit ihr anfangen. Nivesta hießen diejenigen, die bereits in der Ausbildung waren. Vedunia waren diejenigen, die ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Und Vedma waren Frauen, die bereits über Weisheit verfügten und in der Regel schon Kinder hatten. Sollte der junge Mann oder das Mädchen also feststellen, dass der Partner energetisch nicht in der Lage war, seine bzw. ihre Pflichten zu erfüllen, oder wenn einer der beiden den anderen auch einfach nicht mochte, oder auch wenn sie feststellten, dass sie nicht zueinander passten, dann wurde die Vereinbarung einfach aufgelöst. Dann wurde ein anderer Partner gesucht, bis beide feststellten, dass sie zueinander passten, dass beide sich sicher waren, dass sie ein gutes Ehepaar werden würden und auch energetisch dazu in der Lage waren und sich untereinander einigten. Erst dann wurde geheiratet. Damals bedeutete Liebe, dass die beiden auf feinstofflicher Ebene zueinander passten. Heutzutage wird das oft mit Emotionen verwechselt. Heute liebe ich ihn und morgen nicht mehr. Doch unsere Vorfahren wussten, dass sich zwischen Menschen energetische Kanäle bilden. Auch zwischen Ehepartnern und das ist eine sehr wichtige Sache. Beide Partner achteten auf die Unversehrtheit dieser Kanäle, denn wurde ein Kanal beschädigt, dann litten alle daran, insbesondere die Frau. Wenn der Mann beispielsweise verreist war und Lüstern eine andere Frau ansah, dann riss bereits einer dieser Kanäle. Die Frau spürt das intuitiv, auch heutzutage. Sie spürt, dass der Mann fremdgehen könnte. Sie spüren zwar etwas, aber können es nicht erklären. Wenn das aber von Kind auf erklärt wird, die Kanäle, die Energetik und so weiter, dann ist das ganz natürlich und sehr kostbar. Die Ehe ist dann ein heiliger Bund und niemand wird sie zerstören. Die Frau ist dann eine Beschützerin. Sie schützt ihren Mann auch aus der Ferne. Sie unterstützt ihn wie seine zweite Hälfte auf feinstofflicher Ebene. Wieso sollte der Mann also fremdgehen oder sonst etwas und einen Kanal zerstören? Er will sich ja nicht selbst schaden und so eine Unterstützung zunichte machen. Niemand würde das tun. Das wurde sehr geschätzt. Hält man sich daran, wird es kein Fremdgehen geben, denn die Menschen werden wissen, wie kostbar das ist. Wenn man es den Kindern von klein auf beibringt, werden die Familien nicht zerstört werden. Die Frau wird nicht nach einem anderen Ausschau halten, weil sie dann alles verlieren wird. Es wird dann keine normale Familie, keine normalen Nachkommen geben. Das ist dann eine Katastrophe. Sie verliert alles. Deshalb wird sie ihren Mann beschützen und auf ihn aufpassen. Wenn die zukünftigen Eheleute also auf feinstofflicher Ebene zusammenpassten, dann wurde der Tag für die Hochzeit festgelegt. An diesem Tag versammelten sich alle Verwandten, beiderseits. Aber niemand von außerhalb, nur die Verwandten. Nicht wie heute, um zu feiern und zu trinken. Die Verwandten versammelten sich, um die stärkste Seele aus ihrem Stamm zu inkarnieren. Alle sind nämlich daran interessiert, dass der klügste, erfahrenste, ehrlichste Mensch in ihrem Stamm reinkarniert. Eine Gottheit mit genialen Eigenschaften kann man so in eine Familie inkarnieren. Wer braucht aber einen Nichtsnutz als Verwandten? Ein Tier aus dem Tierreich kann nämlich auch in eine Familie reinkarnieren. Und es wird sich dementsprechend wie ein Tier verhalten. Deshalb war das gesamte Geschlecht daran interessiert, eine starke Seele in die Familie zu reinkarnieren. Die Zeugung war ein Ritual. Es wurde zuerst ein besonderer, sogenannter Tempel der Liebe vorbereitet. Dazu nahm man Säcke mit bestem Korn, also Korn, das für die Aussaat verwendet wurde. Die Frauen saßen da und sortierten das Korn. Sie untersuchten jedes einzelne. Das eine als Futter für die Tiere, das andere für die Vögel und so weiter. Die besten Körner nahm man für die Saat. Dieses Korn wurde in Säcke gefüllt und daraus machte man eine Liege und richtete darauf ein Bett ein. Versteht ihr, welche Energie die in diesem Bett war? Welche Schakti? Alles war darauf ausgerichtet, dass man eine gute Seele in die Familie inkarnieren konnte, so dass der Wirbel der sexuellen Energie dermaßen stark war, dass dadurch auch eine Gottheit inkarniert werden konnte. Dann wurden bestimmte Arkane angewandt, also bestimmte Farb, Gerüche, Metalle, Mineralien, Pflanzen und Tiere. Es wurde alles so eingerichtet, dass an einem bestimmten Zeitpunkt eine größtmögliche spezielle Kraft angezogen wird. Dazu diente dieser Tempel der Liebe. Wenn der günstigste Moment da war, gingen die Frischfamilien dorthin und zeugten ein Kind. Die Verwandten saßen nicht einfach rum, sondern unterstützten auf feinstofflicher Ebene die Eheleute, die Männer den Mann und die Frauen die Frau. Sie gaben also ihre Kraft und dadurch wurden die beiden energetisch sehr stark. Sie konnten einen sehr mächtigen Wirbel sexueller Energie erzeugen und dadurch eine mächtige Seele anziehen. Wie ihr ja wisst, Gleiches zieht Gleiches an. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn der Mann aber betrunken oder halbfach ein Kind zeugt, dann wird das Kind energetisch dem Zustand der Eltern im Moment der Zeugung entsprechen. Das Kind wird ein Schwächling. Wenn man die sexuelle Energie aber dermaßen verstärkt, können die Möbel durch den Raum fliegen. Das ist kein Witz, das geht. Der Wirbel ist dann sehr stark und je stärker der Wirbel, desto stärker ist die Seele, die dabei reinkarniert. Wenn das gesamte Geschlecht dabei mitmacht und das auch noch das erstgeborene Kind ist, sehen Sie sich einmal vergangene Völker an. Dort galt das Erstgeborene schon immer als das Wertvollste. Wer kennt sich hier mit Geschichte aus? Das war immer so. Nun erklären die Historiker das nicht. Es war aber immer so, dass der Mann immer versuchte, das Erstgeborene zu retten, auch wenn er sein Leben dabei opferte. Die Feinde hingegen versuchten, das Erstgeborene entweder zu vernichten oder mitzunehmen. Die Erstgeborenen wurden getrennt von allen anderen Kindern aufgezogen, denn sie galten als die zukünftigen Anführer, als die Elite des Volkes, als die Begabtesten, die Besten, diejenigen, die später zu Anführern werden sollten. Wir sind ja daran interessiert, dass man uns gut regiert, also dass man nicht von irgendwelchen Schwachköpfen regiert wird, sondern von den Besten. Das waren die Erstgeborenen. Sie lebten getrennt und wurden getrennt ausgebildet und erzogen. Es galt, dass sie nicht den Familien angehörten, sondern Kinder des gesamten Stammes waren. Sie waren das Wertvollste des Stammes. Deshalb wollten die Feinde diese Kinder vernichten oder sie für sich arbeiten lassen. Verstehen Sie nun die Bedeutung der Erstgeborenen Kinder? In der Gesellschaft braucht man eine Elite, wie diese Erstgeborenen. Ist das heilig für uns? Genau, das sollten wir also wiederherstellen. Das ist notwendig und für alle von Vorteil. Verstehen Sie, wie wichtig das ist? Das also zur Verantwortung und zum Verständnis, wozu eine Familie notwendig ist und wozu das Zeugen der Kinder dient. Heute sagt man, probiert es doch auch schon vor der Hochzeit. Die Frau wird schwanger und heiratet dann. Aber was kommt dabei raus? Etwas Gutes? Wenn aber die jungen Leute das alles wissen und vergegenwärtigen würden, würden sie das nicht mehr tun. Denn niemand will sich selbst schaden. Die jungen Menschen heutzutage wissen das nicht. Doch wenn man es ihnen erklärt, würden sie vielleicht sagen, in der Tat, man sollte nicht einfach so seine Wolllust befriedigen. Denn so zerstört man sein Leben. Und die Kinder werden auch nicht adäquat. Denn es ist so, je nachdem mit welchem Gedanken der Mann mit der Frau schläft, so wird sie auch mit der Zeit. Wenn er sie als Objekt der Wolllust betrachtet, dann wird aus ihr eine Schlampe. In ihr wird das Programm der Wolllust aktiviert. Wenn er sie aber als Göttin, als Mutter seiner zukünftigen Kinder betrachtet, dann wird sie auch adäquate Kinder zur Welt bringen. Wenn er etwas anderes dabei denkt, dann gibt es eine Verzerrung. Welches normale Mädchen lässt so ein wolllustiges Männchen an sich heran? Damit er ihr Leben ruiniert oder damit ihre Kinder sie dann ins Altersheim abschieben? Wer braucht solche Kinder? Heutzutage sehen wir das ständig. Da sehen wir die falschen Werte, die uns von außerhalb aufgezwungen werden. Man sagt uns, das sei für alle Menschen richtig. Andere Völker würden so leben und ihr müsst auch so leben. Multikulturalismus, Misch-Ehen und so weiter. Das ist schädlich für uns. Eigentlich ist das für alle schädlich. Aber wenn andere so leben wollen, dann sollen sie das ruhig tun. Es sollten gute Beziehungen zwischen den Völkern herrschen. Das heißt, mir geht es gut und den anderen soll es auch gut gehen. Wir sollten in Stämmen zusammenleben, dann werden Volk und Staat stark sein. Wenn sich aber alle untereinander mischen, werden alle darunter leiden. Das ist nur für die Parasiten von Vorteil, die auf unsere Kosten leben wollen und über uns herrschen. Für uns ist es aber nachteilig. Deshalb ist es notwendig, die Organisation in Stämmen und Sippen wiederherzustellen. Heutzutage heißt es gleich, das ist total rückständig. Das passiert, weil wir damit die Steinzeit assoziieren. So als ob wir dann in Fällen und mit Steinexten rumrennen würden. Doch das stimmt nicht. Gemeint ist die ursprüngliche Ordnung. So wie sie uns von den Göttern und unseren Vorfahren weitergegeben wurde. Etwas besseres kann es nicht geben. Denn ansonsten fangen wir damit an, das Rad neu zu erfinden. Doch wieso sollten wir das tun, wenn doch unsere Vorfahren uns bereits alles vererbt haben, also wie man leben sollte? Es gibt eine Regel. Wer die Erfahrung und das Wissen seiner Vorfahren nicht nutzt, der wird ihre Fehler selbst begehen. Wieso sollten wir also dieselben Fehler machen? Wir sollten ihre Erfahrung nutzen. Unsere Vorfahren vererbten uns, wie die Familie funktionieren sollte, wie die Gesellschaft, der Staat aufgebaut werden sollte. Wenn wir so leben und andere Völker auch, dann werden wir alle in Frieden und Freundschaft leben. Dann wird es keine Parasiten geben. Es wird diese Mistkerle nicht mehr geben, die die Menschen aufeinander hetzen. Das schadet allen. Deshalb sollten wir selbst mit anpacken und anderen dabei helfen. Dann wird es Frieden geben. Dann wird es nicht mehr dieses Chaos geben und niemand wird uns steuern und ausnutzen können. Gerade deshalb wollen es die Parasiten nicht, dass wir die Stammes- und Sippenorganisationen wieder aufbauen. Man wird sofort beschuldigt, ein Extremist zu sein. Es heißt dann, weil wir starke, stabile Familien, einen guten Nachwuchs, einen starken Staat haben wollen, seien wir Extremisten. Sie haben vielleicht schon davon gehört, dass die Parole Russisch heißt nüchtern schon als extremistisch gilt. Ich lache darüber und sage, bald wird man als Extremist gebranntmarkt, wenn man einer Kugel ausweicht. Gehen wir weiter zum Thema Erziehung. Nach dem oder der Erstgeborenen werden die nachfolgenden Kinder ohne fremde Hilfe gezeugt. Im Russischen wird die Familie als Семья übersetzt. Сем, also sieben, und Я, also ich. Sieben mal ich. Diese sieben sind Ich selbst, mein Sohn, mein Enkel, mein Urenkel, mein Vater, mein Großvater und mein Urgroßvater. Also sieben mal ich, das ist die Familie. Diese Menschen sollten also als eine Familie leben. Versucht man so in einer Wohnung zu leben, dann wird das nicht funktionieren. Unsere Vorfahren lebten in der Natur. Wenn der Sohn erwachsen wird und eine eigene Familie gründen will, fährt er zu einem Hausherrn, also Хазиаин. Dann baut man zusammen für ihn ein Haus gegenüber. Daher kommt der russische Begriff für Straße, Улица, also von Лицу, Gesicht. Es bedeutet von Angesicht zu Angesicht. Denn der Vater ist für den Sohn verantwortlich und muss ihm helfen. Außerdem muss der Vater die Enkel und Urenkel erziehen. Nach diesem Prinzip wurde die Straße geformt. Jedes Geschlecht hatte somit eine eigene Straße. Wenn ein Haus gebaut werden sollte, stellte der zukünftige Hausherr die Baumaterialien und Verpflegung bereit. Alle Verwandten versammelten sich. Das nannte man Toroka, also Gedränge. Und der gesamte Haushalt mit allem, was dazugehört, wurde in ein paar Tagen aufgebaut. Neben dem Haus waren das Schuppen, Banya und so weiter. Man schenkte ihm dann eine Kuh, einen Hund, also alles, was zu einem Haushalt damals gehörte. Das ist doch wohl besser als ein Bausparvertrag oder ähnliches. So war das in unserer Kultur. Wenn der Sohn nicht ausziehen wollte, konnte er natürlich weiter bei seinen Eltern wohnen und auch heiraten, verlor dann aber sein Stimmrecht. Über ein Stimmrecht verfügte nur derjenige, der bewiesen hatte, dass er in der Tat ein Hussein, ein Hausherr war. Das bedeutete, dass der Mensch für eine Familie sorgen konnte, sich niedergelassen hatte, also fest im Leben stand und eine richtige Persönlichkeit war. Wenn der Sohn aber unreif war und einen schwachen Charakter hatte, dann war es aus Sicht seiner Evolution besser, auf seinen Vater zu hören und auf dessen Wissen und Erfahrung zu vertrauen. Deshalb konnte er bei Entscheidungen auch nicht mitreden. Denn wieso sollte man auf einen Unerfahrenen und unreifen hören? Auch die Frauen überließen ihre Stimme ihrem Mann. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Es war einfach so, dass die Aufgaben zwischen Mann und Frau aufgeteilt waren. Der Mann mischte sich nicht in Frauenangelegenheiten ein und die Frau nicht in Männersachen. Wenn der Vater schon alt war und im Haushalt des Sohnes lebte und keinen eigenen Haushalt mehr führte, konnte er sein Stimmrecht an den Sohn delegieren, wenn er es wegen seines Alters für nötig hielt. In einer Familie, also in einem Haushalt, hatte immer nur der Hausherr das Stimmrecht. Das bedeutete auch Verantwortung. Verantwortung für die Familie, also auch für den Vater, Großvater und Urgroßvater, denn sie befanden sich in der Obhut des Hausherrn. Genau wie für den Sohn, die Enkel und Urenkel. Wenn sie denn in diesem Haushalt lebten. Wenn die Söhne sich selbstständig machten, bekamen sie das Stimmrecht. Es war also von Vorteil, wenn nicht irgendwelche Obdachlosen, die weder arbeiten noch etwas aufbauen wollen, sondern auf Kosten anderer leben wollen, ein Stimmrecht hatten. Heutzutage haben zum Beispiel Drogensüchtige, Alkoholiker, Mistkerle oder nicht adäquate Menschen ein Stimmrecht. Ist es für uns von Vorteil, wenn solche Menschen mitbestimmen können? Wie nützt es denn? Für normale Menschen ist das nachteilig. In unserer Tradition hatten nur gestandene Hausherren das Stimmrecht. Also diejenigen, die gezeigt haben, dass sie so ein Recht auch verdienen. Vor allem konnten sie Verantwortung übernehmen. Das war entscheidend. Damals galt das Koprecht. Die Hausherren wählten den Hundertschaftsführer, also den Vertreter von 100 Personen. Und sie wählten auch den Vertreter von 1000 Hausherren, den Adligen, den Fürsten und den Herrscher. Dadurch wurde sichergestellt, dass der Beste an die Macht kommt und nicht irgendjemand. Unsere Vorfahren zeigten uns, wie die Wahlen funktionieren sollten. Da konnte niemand betrügen, denn es war ja alles sichtbar und alle Hausherren waren daran beteiligt. Kommen wir jetzt zu den Kindern. Es heißt, das erste Kind ist das erste Enkelkind. Das bedeutet, dass die Großeltern und die Urgroßeltern die Kinder erziehen sollten. Denn die Eltern arbeiten ja, müssen die Familie versorgen und so weiter. Aber was noch viel wichtiger ist, ihnen fehlt noch die Erfahrung. Sie sind noch jung. Was können sie den Kindern beibringen? Die Großeltern und die Urgroßeltern haben hingegen viel Erfahrung in ihrem Leben gesammelt. Sie haben außerdem das Verlangen, diese Erfahrung weiterzugeben. Der Hausherr hatte andere Aufgaben. Er muss seiner Verantwortung gerecht werden. Der Hausherr konnte also problemlos seine Kinder, den Großeltern und Urgroßeltern anvertrauen. Sie gaben ihre kolossale Erfahrung weiter. Das ist doch für alle von Vorteil. In unserer Tradition war es so, dass es verboten war, die Kinder Menschen anzuvertrauen, die moralisch und ethisch nicht entwickelt waren. In unserer Tradition wurden zum Beispiel Dolmen benutzt. Habt ihr schon einmal davon gehört? Das sind steinende Konstruktionen, die für geistige Praktiken benutzt wurden. Wenn der Mensch in der Praxis nicht den Weg in die feinstofflichen Welten gefunden hatte und die feinstoffliche Welt nicht kannte, wenn er also nicht wusste, wo er nach dem Tod hingeht, dann durfte er auch nicht die Kinder erziehen. Wenn er selbst nicht weiß, wer er ist, wozu er lebt, was der Sinn seines Lebens ist, wenn er nicht in der Praxis bewiesen hatte, dass er ein adäquater Mensch ist, wie kann man ihm da die Erziehung von Kindern anvertrauen? Jeder Stamm baute Dolmen oder man benutzte Höhlen. Die Dolmen wurden an Kraftorten gebaut. Wenn der Mann bereits herangreift war und seine Kinder erwachsen waren, begann er an sich zu arbeiten und mit Hilfe von geistigen Praktiken suchte er den Weg in die feinstofflichen Welten, um zu erfahren, wohin er nach dem Tod gelangt. Der Sohn half ihm dabei, indem er dafür sorgte, dass ein Dolmen gebaut wurde. Dort zog sich dann sein Vater zurück und praktizierte. Es blieb nur eine kleine Öffnung übrig, durch die das Essen gereicht wurde. Der Praktiker beherrschte bestimmte Techniken. Heute würde man dazu Meditation sagen. Dort blieb er Tage, Wochen, Monate oder Jahre, je nachdem, wie lange er brauchte, um die feinstofflichen Welten zu erreichen. Heute machen Wissenschaftler Experimente, bei denen der Mensch isoliert wird und in eine Flüssigkeit getaucht wird, in der er praktisch wirrelos ist und seine Sinnesorgane abgeschaltet sind. Dann gelangte er ganz leicht in feinstoffliche Welten. Dazu dienten Dolmen. Der Stamm half dem Menschen dabei und unterstützte ihn auf feinstofflicher Ebene. Ohne Isolation ging das nicht. Der normale Mensch muss allein sein, weil der feinstoffliche Körper eines Menschen bis zu 7 Meter groß ist. Bei einem hochentwickelten Menschen kann dieser Körper bis zu 1,5 Kilometer groß sein. Kommt der feinstoffliche Körper eines Menschen in Kontakt mit einem anderen feinstofflichen Körper, wird er verzehrt und die geistige Evolution wird dadurch erschwert. Deshalb wurden dafür die Dolmen an Kraftorten gebaut und der Stamm war verpflichtet, den Menschen bei der geistigen Evolution zu helfen. Denn die Familie war ja daran interessiert, dass die Großeltern ihre Enkel zu hochentwickelten Persönlichkeiten machten. Solche Persönlichkeiten haben keine Angst vor dem Tod, denn sie wissen genau, was sie danach erwartet. In den Weden heißt es, der Mensch gelangt nach dem Tod an den Ort, zu dem er den Weg erforscht hat. Der Sohn war ja daran interessiert, dass sein Vater diesen Weg kennt, dann brauchte er sich keine Sorgen mehr, um ihn zu machen. Wenn er vor Ort die notwendigen Techniken nicht erlernen konnte, dann konnte er dieses Wissen woanders bekommen. Das nannte man Pilgern oder Wandern. Er wurde also zu einem Pilger. Wenn es also keinen Lehrer im eigenen Stamm gab, dann ging der Mensch zu einem Lehrer außerhalb des Stammes. Die Großeltern gingen also dahin und wurden dort ausgebildet. Sie konnten dann zurückkehren oder zu einem anderen Lehrer weiterziehen, um noch mehr Wissen zu erhalten. Falls Sie sich erinnern, früher war es ja so, dass solche Pilger als Menschen Gottes galten. Man hatte sie aufgenommen, ihnen zu essen gegeben und sie bei sich übernachten lassen, bevor sie weiterzogen. Das war heilig, eine heilige Pflicht. Bei uns sagte man, ein Gast im Haus, Gott im Haus. Das ist doch für alle von Vorteil, wenn man für die alten Menschen sorgt. Das ist doch die beste Altersvorsorge. Nachdem diese Menschen also von Lehrer zu Lehrer gewandert waren und Wissen erworben haben, kehrten sie zu ihren Familien zurück. Solchen Menschen konnte man die Erziehung der Kinder anvertrauen. Dann wird die Erziehung gut. Sie wissen ja, es gibt das Alter und es gibt die Altersschwäche und Gebrechlichkeit. Heute werden diese Begriffe gleichgesetzt. Doch Alter bedeutet geistige Reife. Diese sollte respektiert werden. Doch uns bringt man bei, die Altersschwäche zu respektieren. Altersschwach und gebrechlich wird der Mensch, wenn er sein Leben falsch geliebt hat. Der Mensch kann also ein Mistkerl sein, aber nur, weil er alt ist, soll er respektiert werden. Im Alter sollte der Mensch eine gewisse geistige Reife erreichen und nicht gebrechlich sein. Merken Sie den Unterschied? Respekt muss man sich verdienen. Auch den Kindern sollte man beibringen, diejenigen zu respektieren, die es würdig sind. Ich bin damit nicht einverstanden. Wie soll man denn so einen Menschen erkennen? Am Aussehen? An der Weisheit? Das sieht man doch. So ein Mensch leuchtet von innen. Seine Augen leuchten. Er ist rein und gesund. Ein gebrechlicher Mensch kann kaum laufen. Das ist nicht so offensichtlich. Doch das sieht man. Das sehe ich aber anders. Das Problem ist die Gesellschaft. In einer gesunden Gesellschaft ist das sofort sichtbar. Wir müssen unsere Kinder so erziehen, dass eine neue Gesellschaft entsteht. Was beim Altwerden das Wichtigste ist, ist die Lebensenergie. Es wird ЦИ oder auch ЧИ genannt. Es gibt verschiedene Namen. Die russischen Offiziere sagten, ich habe die ИР. So wird das heute gedeutet. Doch im russischen wird ИР als ЧЕСТ übersetzt. Der Begriff ist eine Ableitung von ЧИ, der Lebensenergie. Der Krieger oder Offizier verfügte also über genug ЧИ. In der Kindheit verfügt der Mensch über viel Lebensenergie. Sie brodelt in einem Kind. Deswegen sind Kinder so aktiv und beweglich und experimentieren viel herum. Wenn das Kind älter wird, beruhigt sich diese Energie nach und nach. Das ЧИ wird allmählich ausbalanciert. Je erwachsener das Kind wird, desto mehr ЧИ kann es akkumulieren. In der Jugend wird der Energiefluss mit einem kleinen Bach verglichen. Wird der Mensch erwachsen, wird der Bach zu einem Fluss. Und wenn der Mensch eine Familie gründet, wird die Strömung ruhiger. Im Alter beruhigt sich die Strömung noch mehr und dann entsteht daraus ein See. Wenn der Mensch in seinem Leben sich stets an moralische und ethische Normen gehalten hatte, dann wird das Wasser rein, klar und durchsichtig. Es fängt an zu leuchten. Wenn diese ЧI-Lebensenergie aber kein Ventil findet, dann wird der See zu einem Sumpf. Wenn der Mensch heutzutage in Rente geht, dann weiß er nichts mit sich anzufangen. Er weiß nicht, wohin mit seinem ЧI. Zudem verfügt er nicht über das nötige Wissen. Meinen Sie jetzt die männliche Energie? Ob Mann oder Frau ist unwichtig. Jeder verfügt über diese Energie, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Das Wasser wird mit der Zeit trüb und schmutzig. Es fault und der Mensch stirbt schließlich. Ihr kennt doch sicherlich Fälle, wo ein Mensch in Rente ging, nichts zu tun hatte und schon nach einigen Jahren starb. Unsere Vorfahren wussten sehr gut über diese Dinge Bescheid, über die Möglichkeiten, die eigene Energie zu lenken. Sie sagten, die Alten brauchen einen Ausweg aus dem See. Was ist der Ausweg? Die Erfüllung ihrer Pflichten, nämlich die Erziehung ihrer Enkel und Urenkel. Dann wird aus dem See ein mächtiger Fluss. Dann hat der Mensch wieder ein Ziel im Leben, eine Aufgabe und das Bedürfnis, sein Wissen weiterzugeben. Es gibt eine Regel. Hast du Wissen angesammelt, gib es weiter. Dadurch wirst du dich weiterentwickeln. Das ist das Prinzip einer Leiter. Man benutzt bereits angesammeltes Wissen und Erfahrung als Stütze, um höher zu steigen. Die Alten haben das Bedürfnis, das Wissen weiterzugeben. Ich kenne viele alte Menschen, die ihr Wissen nicht weitergeben können, weil die Schüler, die zu ihnen kommen, nicht bereit dafür sind. Das ist ein Problem der Schüler und Lehrer. Sie können also aus ihrem See keinen Fluss machen, weil sie niemanden haben, dem sie ihr Wissen weitergeben können. Das ist ein Problem der Alten. Soll der Vater sich nun auch zusätzlich um den Haushalt des Sohnes kümmern? Er hilft dabei, den Haushalt aufzubauen. Danach ist der Sohn der Hausherr dort. Der Vater mischt sich nicht mehr ein. Natürlich kann er den Sohn beraten. Er kann darauf hinweisen, wenn der Sohn etwas falsch macht und zeigen, wie es richtig geht. Aber er berät nur den Sohn. Der Sohn ist ja daran interessiert, die Erfahrung des Vaters zu nutzen und sollte ihm zuhören. Das ist ein normales Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Der Sohn sorgt für seinen Vater und Großvater, wenn sie in seinem Haushalt leben. Im Gegenzug erziehen sie seine Kinder. Das sind ihre gegenseitigen Pflichten. Wenn man den Alten diese Möglichkeit gibt, dann fließt ihr Qi wieder. Dadurch werden sie zwar alt, aber nicht gebrechlich. Was ist, wenn aber die Kinder nicht wollen, dass man ihnen etwas beibringt? Das ist eine Frage der Erziehung. Bei mir war das so. Mein Vater fragte, was ich lernen wollte und brachte mir das bei, was ich wollte. Man sollte das Kind nicht zu etwas zwingen. Das schadet mir. Wer initiiert denn diese Fragen? Natürlich der Vater. Er sollte wissen, wie das geht und wie er dem Kind etwas maghaft macht. Wenn er aber nicht über genügend Wissen verfügt, um dem Kind das beizubringen, was es will, dann sucht der Vater einen geeigneten Lehrer. Im Idealfall sollte das der Großvater oder der Urgroßvater sein. Oder ein Meister aus dem eigenen Geschlecht. Oder ein Meister aus dem Geschlecht. Der Vater führt das Kind zum Meister und falls das Kind geeignet für die Ausbildung ist, dann nimmt der Meister dieses Kind als Schüler auf. Niemand wird dabei zu etwas gezwungen. Aber was passiert, wenn das Kind zum Beispiel nur Tennis oder Fußball spielen will? Das ist doch toll. Vielleicht wird aus ihm ja ein großer Sportler. Die Eltern müssen es ihm ermöglichen. Wieso denn nicht? Wenn das Kind es will, dann sollte es das ausprobieren. Das Kind sollte nicht gezwungen werden. Mein Vater hatte mich nie zu etwas gezwungen. Die Eltern verfügen nicht über die notwendige Qualifikation, um zu wissen, was dem Kind am besten liegt. Und was soll man tun, wenn das Kind heute das eine lernen will, morgen das andere? Das ist doch kein Problem. Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit. Ich habe das auch so gemacht. Heute habe ich das gelernt und in einer Woche wollte ich bereits etwas anderes. Was ist, wenn das Kind gar nicht weiß, was es überhaupt will? Dann müssen die Eltern dem Kind die Varianten aufzeigen und sagen, du könntest das machen und das machen und jenes. Je nachdem, wirst du dieses Resultat bekommen oder jenes oder so ein Resultat. Also sie müssen dem Kind verschiedene Varianten aufzeigen. Dann kann zum Beispiel der Vater sagen, dass aus seiner Erfahrung man in dieser Situation am besten zuhandeln sollte. Und er erklärt dem Kind die Gründe dafür. Also aus diesem und diesem Grund. Die Aufgabe der Eltern ist also, das Kind auf den richtigen Weg zu lenken. Erst die verschiedenen Varianten aufzeigen, dann die jeweiligen Folgen und eine Empfehlung aussprechen. Und diese dann aber begründen. Dann lässt man dem Kind die freie Wahl. Wenn das Kind dann sagt, nein, ich will doch die andere Möglichkeit nutzen, dann warnt der Vater nochmal. Du verstehst doch, dass du dann leiden wirst. Das Kind sagt ja und der Vater gibt ihm seinen Segen. Das Kind versucht es und bekommt die Probleme, von denen der Vater gesprochen hatte. Es kommt zurück und sagt, du hattest recht. So wurde ich erzogen und so erziehe ich auch meine Kinder. Das ist die beste Variante. Wenn die Eltern nicht wissen, wozu das eine oder andere führen wird, dann sind sie töricht und unreif. Wie können sie ihr Kind erziehen? Die Eltern haben die Pflicht, den Kindern den Weg und die möglichen Hindernisse auf dem Weg zu erklären. Wenn das Kind diesen Weg gehen will, dann ist es dessen Lehrstunde. Man kann den eigenen Kindern nicht verbieten, ihre Erfahrungen zu sammeln. Wie soll man das aber dem Kind erklären? Zum Beispiel, dass es gefährlich ist, sich von Gefühlen leiten zu lassen. Nun, die Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder. Hier ist das Alter entscheidend. Wenn die Kinder bereits größer sind oder erwachsen, dann sollten sie ihre Erfahrung sammeln und einen auf die Mütze bekommen. Wenn das Kind aber noch klein ist und mit Streichholzern spielen will, dann muss ich ihm die Möglichkeit geben, zu lernen, was Feuer ist. Ich persönlich gebe dann meinen Kindern ein brennendes Streichholz. Sie sollen es kurz halten. Ich erkläre ihnen, dass Feuer weh tut. Aber solange sie sich nicht die Finger verbrannt haben, lassen sie das Streichholz nicht fallen. Sie brauchten also diese Erfahrung. Ich kontrolliere das natürlich. Ich schaue, dass das Kind sich zwar weh tut, aber sonst nichts Schlimmes passiert. Wenn das Kind schon alt genug dafür ist, gebe ich ihm die Möglichkeit, die Erfahrung zu sammeln, die es braucht, aber schaue, dass es sich dabei nicht den Hals bricht. Dazu sind Eltern da, sie passen auf. Sonst wird das Kind diese Erfahrung trotzdem machen, weil es sie braucht, aber unkontrolliert. Und was ist, wenn der Sohn das nicht glaubt? Es gibt da eine Methode. Man unterhält und spielt mit dem Kind. Und währenddessen lenkt man es gezielt in eine Richtung. Man muss also das Interesse des Kindes wecken und es in die richtige Richtung lenken. Wenn es ein erwachsener Mensch ist, dann kann man sich mit ihm hinsetzen und ernsthaft reden und sagen, Sohn, lass uns klären, was Delegonie ist. Verstehst du, was du alles aufnimmst, wenn du dich mit Mädchen herumtreibst und sie alle ins Bett zehrst? Du wirst dich neben möglichen Geschlechtskrankheiten vor allem auf feinstofflicher Ebene verunreinigen. Letztendlich, wenn du ein gutes Mädchen fürs Leben gefunden hast, wirst du ihr diesen ganzen Mist geben. Dementsprechend werden auch deine Kinder sein. Willst du solche Kinder haben? Mistgeburten? Kinder, die dich ausnutzen werden oder noch Schlimmeres? Willst du solche nachkommen? Dann geh und amüsier dich. Doch sei bereit, die Folgen zu tragen. Und was ist, wenn der Sohn das nicht glaubt? Dann zeigen Sie ihm die wissenschaftlichen Beweise. Gehen Sie mit ihm zu Menschen, die in dieser Sache kompetent sind. Was soll man tun, wenn der Sohn noch gar nicht reif dafür ist? Wissen Sie, ich erziehe meine Kinder so und mein Vater hat mich auch so erzogen. Ich sprach mit meinen Kindern wie mit einem gleichwertigen Partner. Wie mit erwachsenen Menschen. Ich verstand, wer sie in ihren früheren Inkarnationen waren. Wenn ich das tat, veränderte sich ihre Art zu reden, ihre Intonation und sogar ihr Gang. Und sie antworteten mir wie erwachsene Menschen. Das heißt nicht, dass ich nicht mit meinen Kindern gespielt hätte oder rumgeblödelt. Klar habe ich das auch gemacht. Aber wenn es um solche ernsten Themen ging, dann wurde ich auch ernst. Ihre Mutter hat sie natürlich etwas verhätschelt. Die Aufgaben sind klar verteilt. Der Vater bringt ihnen Verantwortungsbewusstsein bei und die Mutter Barmherzigkeit. Es liegt also in der Verantwortung des Vaters, dies zu tun. Die Rollen können auch vertauscht werden. Doch die Essenz bleibt die gleiche. Deshalb gibt es da kein Problem, es den Kindern zu erklären. Sie verstehen das. Wenn man dementsprechend mit ihnen umgeht, dann verstehen sie das auch. Die Menschen meinen nur, dass Kinder nichts verstehen würden. Doch sie spielen nur das Spiel, was ihnen die Erwachsenen seit ihrer Geburt aufzwingen. Erinnern sie sich an ihre Kindheit? Stimmen sie mir dabei zu? So wie man mit mir umgeht, so verhalte ich mich auch. Ganz genau. Es ist also kein Problem, dem Kind die Folgen ihrer Taten zu erklären. Damit leiten wir das Kind und geben unsere Erfahrung an sie weiter. Was soll man tun, wenn es um irgendwelche Routineaufgaben geht? Zum Beispiel, wenn das Kind nicht im Haushalt helfen will. Soll man das dem Kind denn immer wieder aufs Neue erklären? Oder ist das Verhalten und die Vorbildfunktion der Eltern wichtig? Ja, genau. Die Eltern müssen den Kindern die Arbeit anerziehen. Das bedeutet, das Kind ist ein Familienmitglied und muss dementsprechend Aufgaben übernehmen, die seinem Alter entsprechen, und zwar von klein auf. Die Familie ist eine Gemeinschaft, in der jeder, je nach seinen Fähigkeiten, Aufgaben übernimmt. Mein Vater hat mir das so erklärt. Er sagte mir, es gibt Sachen, die gemacht werden müssen in einer Familie, zum Beispiel den Müll rausbringen. Es ist doch notwendig, regelmäßig den Müll rauszubringen, oder? Milch holen und so weiter. Das konnte ich machen. Und wenn das Kind sagt, dass es das gar nicht machen will? Dann fragen sie es, ob es denn auch etwas essen will. Und wenn es essen will, aber nichts tun will? Das ist heutzutage ganz typisch für die Jugendlichen. Nun, wer nichts tun will, der kriegt auch nichts zu essen. Man muss etwas tun. Also dann ist Zwang als Instrument akzeptabel? Wie denn sonst? Man muss es dem Kind erklären, wozu sein Verhalten führen wird. Von nichts kommt nichts. Man muss ganz klar sagen, wenn du nichts für die Familie tun willst, wozu braucht die Familie dich dann überhaupt? Wieso sollte die Familie dich ankleiden? Und so weiter. Wozu brauchen wir dich, wenn du auf uns spuckst? Wenn du so mit uns umgehst, dann werden auch wir so mit dir umgehen. Jedes Kind wird das verstehen. Klar, wenn das Kind debil ist, dann wird es das nicht verstehen. Aber wenn es adäquat ist, dann versteht es, dass es Pflichten in der Familie gibt. Und das wird kein Zwang für das Kind sein. Wenn man es ihm vernünftig erklärt, dann wird es das auch tun. Wenn es dann denkt, ich würde ja gerne noch spielen, aber zuerst muss ich noch was im Garten erledigen, denn sonst hat meine Familie nichts zu essen und muss hungern. Den Müll muss ich auch noch rausbringen, denn sonst wird das Haus zugemüllt. Es gibt aber auch nicht so offensichtliche Sachen, zum Beispiel, wenn das Kind begabt ist, was Musik angeht, und man müsste es jeden Tag zum Musikunterricht bringen. Aber einem kleinen Kind das zu erklären, ist sehr schwer. Soll man es dann dazu zwingen? Wenn man ein Kind dazu zwingt, dann wird es das nicht lernen. Vielleicht will es ja Töpfern lernen oder sonst etwas. Auch wenn es nur kurz dabei bleibt und schon bald das Interesse verliert und etwas anderes lernen will, soll man das dem Kind ermöglichen. Vielleicht kommt es so zur Musik. Und was ist, wenn ich merke, dass dieser Lehrer gar nicht gut ist, das Kind aber trotzdem bei ihm bleiben will und gar keinen anderen Lehrer will? So oder so, Sie sollten das Kind nicht zwingen. Wenn es andere Lehrer nicht will, dann werde ich es nicht mit Gewalt hinbringen. Sonst wird das Kind das ungern tun und wird statt zu einem Künstler, zu einem Handwerker der Kunst. Denn man kann ja lernen, wie man Geige spielt oder bedient und in irgendwelchen Restaurants damit auftreten. Oder aber man kann wirklich ein Talent entwickeln. Dann wird die Kunst zu einem Mysterium. Denn die Künste sind in ihrer Essenz Mysterien. Sie geben die Werte höherer Welten für die Menschen verständlich und auf dem Niveau der Menschenwelt wieder. Der Mensch kann entweder ein Handwerker der Kunst oder ein wahrer Künstler werden. Ich würde nicht wollen, dass mein Kind so ein Handwerker wird. Denn jeder Mensch hat Talente. Es ist für mich ja besser, wenn das Kind glücklich ist und erst dadurch zu einem Künstler wird. Das gilt für alles. Selbst wenn wir irgendeine öffentliche Tätigkeit nehmen. Auch daraus kann man eine Kunst machen, es zu einem Mysterium machen. Wenn ich aber mein Kind zwinge und sage, ich gebe dir nichts zu essen, wenn du nicht Geige spielen lernst, aus dir wird ein großer Geige. Dann schmeichere ich meinem Ego und verfolge meine Ambitionen. Dabei verunstalte ich jedoch mein eigenes Kind. So würde ich nie mit meinem Kind umgehen. Ich bin nicht sein Feind. So tun es aber viele Eltern. Sie wollen einen großen Geige aus ihrem Kind machen. Das wird es aber nie. Es wird ein Handwerker werden. Und wenn das Kind gar nicht weiß, was es werden will, wenn es einfach noch nicht genug Wissen besitzt? In unserer Tradition war es so, dass die Kinder, bis sie zwei Jahre alt wurden, noch wussten, wer sie im früheren Leben waren. Der Vater hatte die Aufgabe, in diesen ersten zwei Jahren herauszufinden, wer sein Kind im früheren Leben war und über welche Talente es verfügt. Damals war es auch so, dass das Kind bereits von Geburt an bewusst reden konnte. Heute sind die Kinder natürlich nicht so. Wir haben es verlernt, die Kinder richtig zu zeugen und auf die Welt zu bringen. Deshalb können die Kinder auch nicht mehr von Geburt an reden. Doch früher war das so. So etwas habe ich über Lamas gehört. Ich habe beispielsweise ein Rezept in einem sehr alten Buch gefunden. Dort heißt es, wenn das Kind beginnt von Geburt an zu reden, dann soll man Kuhmilch mit dem Blut eines Hundes vermischen und damit das Kind füttern. Das Kind wird dadurch geschädigt und beginnt, wie man es haben will, in die Windeln zu kacken. Klar, dieses Rezept stammt aus der Zeit nach der Christianisierung. Doch viel wichtiger ist die Tatsache, dass es dagegen Rezepte gab, die man aufgeschrieben hat. Das bedeutet, dass es keine Einzelfälle waren. Kommt das auch heute noch vor? Ja, das gibt es auch heute noch. Nur wird das verschwiegen. Wenn man eine hochentwickelte Seele auf die Welt bringt, dann wird sie von Geburt an mit ihnen kommunizieren. Aber alle Kinder erinnern sich bis ins Alter von zwei Monaten an ihre früheren Leben. Wenn man dem Kind in die Augen schaut und es wie ein bewusstes Wesen fragt, dann wird es einem über die Augen die Mimik, die Gesten und Bewegungen versuchen zu zeigen, wer es früher war. Zwei Jahre oder zwei Monate? In der Zeit bist du zwei Monate. Wenn das Kind zu krabbeln begann und Sachen in die Hand nahm, dann wurde ein Ritual durchgeführt. Man breitete vor dem Kind Sachen aus, die in etwa gleich groß waren, in etwa dieselbe Farbe hatten und auch das gleiche Gewicht und jeweils zu Schudras, Vaishus, Kshatriyas und Brahmanen gehörten. Na, zum Beispiel Sachen, zu denen Schudras gehören, könnten eine Wodkaflasche, Tabletten, Spielkarten, Kondome sein, alles in leuchtenden Farben. Für Vaishus wären das vielleicht Werkzeuge, Nägel, einen Hammer. Für ein Mädchen Faden und Nadel. Für ein Krieger Waffen. Für Brahmanen, Bücher, eine Gebetskette, rituelle Sachen. Legen sie die Sachen vermischt, aber in gleichem Abstand zu dem Kind hin. Sie müssen vielfältig sein. Dann lassen sie das Kind los. Es wird zu der Sache krabbeln und die in die Hand nehmen, die zu seiner Kaste gehört. Darin sehen sie auch die Talente des Kindes. Dann wissen die Eltern, auf welchem Weg das Kind wahrscheinlich gehen sollte. Es wird für ihn wohl bekannt sein, es wird dazu neigen. Das ist sein Schicksal und dementsprechend wird es dort seine Erfahrungen sammeln müssen. Das wird sein Ausgangspunkt sein. Später verändern sich die Interessen natürlich, aber die Eltern wissen dann, ob sie einen Shudra, Vaishuk, Shatri oder einen Brahman auf die Welt gebracht haben. Es ist das, was das Kind anstreben wird. Die Aufgabe des Vaters ist es also, dem Kind dabei zu helfen? Natürlich. Es ist viel besser, seine eigene Pflicht, auch wenn schlecht, zu erfüllen, als fremde Pflichten gut zu erfüllen. Sie sollten also das Kind nicht davon abbringen, seinem Schicksal zu folgen. Das Schicksal sind die Leereinheiten, die es bestehen muss. Wenn wir es aber zwingen, andere Prüfungen zu bestehen und sagen, du solltest ein Geiger werden, obwohl es seine Prüfungen als Offizier bestehen müsste, damit würden wir sein Schicksal zerstören und sein Leben ruinieren. Der Mensch wird dann unglücklich. Er wird seine Prüfungen nicht meistern. Dabei galt für ihn als Krieger, solange wir für Freiheit brennen, solange das Herz für ihre schlägt, mein Freund, der Heimat widmen wir der Seele wundervolle Streben und wir sagen ihm, geh und spiele Geige. Man darf das Kind nicht zu etwas zwingen. Wenn es diese Neigungen hat, dann wird es darum bitten, es zu lernen. Dann lernt es das auch sehr schnell. Dabei schließt das eine das andere nicht aus. Es gibt auch exzellente Offiziere, die sehr gut Geige spielen können. Ich sage es euch, wie es ist. Es liegt bei einem selbst. Es wird mit uns beginnen. Damit meine ich, dass die Götter und unsere Vorfahren uns diese Aufgabe auferlegt haben, die Stammes- und Sippenprinzipien wieder aufzubauen. Wir werden die neuen Stämme gründen. Uns können zumeist weder unsere Eltern noch Großeltern helfen. Aus ihnen hat man Zombies gemacht und sie können uns nicht helfen. Es liegt an uns. Es wird nur dann etwas, wenn wir die Verantwortung für unsere Kinder, Enkelkinder und Ur-Enkel übernehmen. Noch eine Frage. In unserer Situation sind wir manchmal gezwungen, auch Stufen in unserer geistigen Evolution zu überspringen, wie zum Beispiel die Kontrolle der energetischen Zentren, wenn der physische Körper noch nicht bereit ist. Ich kann zum Beispiel einige Asanas aus dem Hatha-Yoga gar nicht mehr machen. Ich habe zu spät damit angefangen. Soll man also auch Stufen überspringen oder soll man von Anfang an anfangen und erst später mit den energetischen Zentren arbeiten? Oder kann man das auch kombinieren? In unserer Zeit kann man das auch parallel machen, soweit es geht. Aber wenn man es genau betrachtet, dann ist es nicht möglich, die Entwicklungsstufen zu überspringen. Im klassischen Yoga gibt es das Yama-Niyama, Asana-Prana-Yama, Yama und Niyama sind die moralisch-ethischen Stufen. Hat der Mensch diese nicht gemeistert, darf er nicht einmal die Atemübungen machen. und das ist Also, die Neu. sind die Neu.